Leute, nachdem Bitcoin extrem nach oben in ausgebrochen ist, befinden wir uns jetzt an der entscheidenden Stelle für den Bitcoin und wie es jetzt weitergehen könnte, werden wir uns in diesem Video anschauen. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran. Wir starten jetzt direkt mit den Charts, ohne jetzt viel drumherum zu reden, denn es wird meiner Meinung nach gerade jetzt wirklich sehr, sehr spannend für den Bitcoin. Nachdem wir aus diesem Symmetrical Drangle nach unten hier ausgebrochen sind, haben wir unser Preisziel hier exakt auf den US-Dollar genau erreicht und nachdem die Bären hier kein Preisziel mehr hatten, haben wir hier einen Pull nach oben gesehen. Wir sehen einen extremen Breakout hier beim Bitcoin bis auf ca. 21.250 US-Dollar konnten wir hier ansteigen. Allerdings gehen wir jetzt auf die nächsten Charts, wird es jetzt sehr, sehr interessant. Warum das Ganze, sehen wir uns jetzt hier an. Einmal auf dem Daily Chart. Ich gehe hier jetzt nicht auf die kleineren Timeframes an, sondern eher auf den größeren, was denn hier jetzt passieren kann. Es wird ein kurzes Update, also wie gesagt, bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like da. Was passiert jetzt hier mit dem Bitcoin? Im letzten Video hatten wir besprochen, dass wir hier an dieser Stelle diesen unteren Supportpunkt von unserem Right Angled Ascending Broadening Wedge hier antesten und ich hatte euch gesagt, sollte dieser Punkt nach unten durchbrechen, werden wir eine weitere Korrektur sehen. Sollten wir allerdings hier diesen Support halten, dann könnten wir hier einen Pull nach oben sehen und genau so ist es jetzt gekommen. Wir haben diesen Support hier perfekt angetestet hier und haben jetzt einen Pull nach oben gesehen. Das Wichtige ist jetzt, wir befinden uns extrem jetzt mit dem Bitcoin genau in unserem vorherigen Support, in unserem wichtigen Widerstandslevel. Denn hier an dieser roten Box sehen wir, dass wir zuvor hier extremen Widerstand hier hatten. Dann hatten wir hier Support, wir hatten hier Widerstand, wir hatten hier Widerstand und wir hatten hier Widerstand. Das heißt, hier wird sich jetzt zeigen, ob wir hier nochmal rejected werden und wieder runterkommen, ob es sich bei hierbei um ein Fake Out nur gehandelt hat oder ob wir es schaffen, diesen Widerstandsbereich nach oben hin zu durchbrechen und hier weiterhin mit dem Bitcoin pumpen könnten. Denn das Ganze wird jetzt nochmal auch sehr, sehr interessant, wenn wir uns hier auf dem Weekly Chart anschauen. Also die Gefahr besteht definitiv, dass wir hier nochmal ein Pullback zurück sehen könnten. Deshalb seid hier definitiv vorsichtig mit zum Beispiel hohen Hebeln hier mit Long Position, denn wir können hier ein Pullback sehen. Warum können wir hier ein Pullback sehen? Wir sehen hier, dass wir uns jetzt wieder an diesem Widerstandsbereich hier befinden, wo wir schon dreimal abgewiesen worden sind. Und auch mit dem RSI befinden wir uns an dieser abfallenden Widerstandslinie, wo wir ebenfalls hier schon mal dreimal abgewiesen worden sind. Das heißt, hier wird es jetzt sehr, sehr gefährlich für den Bitcoin. Wir könnten hier nochmal ein Pullback sehen. Sollten wir natürlich es schaffen, diese Widerstandslinie nach oben hin zu durchbrechen, dann könnte das Ganze nochmal sehr, sehr bullish aussehen. Denn dann wäre das definitiv ein Zeichen, wenn wir es schaffen würden, diese abfallende Widerstandslinie nach oben hin zu durchbrechen. Außerdem müssten wir noch hier die 200er Weekly Moving Average, diese blaue Linie hier nach oben hin durchbrechen. Diese liegt in etwa bei ca. 23.300 US-Dollar. Leute, noch eine sehr, sehr wichtige Nachricht für euch. Bei BitCat gibt es seit dem 6. September eine Aktion, ihr könnt Spot Bitcoin kaufen, handeln, verkaufen. Alles, was es so im Spot-Handel gibt bei BitCat ohne Gebühren. Das ist eine sehr, sehr schöne Aktion von BitCat. Das heißt, ohne Gebühren könnt ihr Kryptos kaufen. Ihr könnt Kryptos Spot traden, also ohne Hebel, sondern Spot. Und dafür werden keine Gebühren erhoben. Das Ganze gilt erstmal auf weiteres. Link zu BitCat findet ihr hier in meiner Videobeschreibung. Dort erhaltet ihr nochmal einen Ersteinzahlungsbonus von bis zu 4.163 US-Dollar. Zusätzlich noch einen Rabatt auf die Gebühren beim Leverage-Handel von ca. 15%. Von minus 15%. So, weiter geht es hier erstmal jetzt mit Ethereum. Was ist denn jetzt erstmal bei Ethereum los? Das Ganze schauen wir uns auch kurz hier charttechnisch an. Auf dem 4-Stunden-Chart ebenfalls bei Ethereum sehen wir, dass wir uns hier momentan in einem sehr, sehr wichtigen Bereich aufhalten. Dieser Bereich liegt hier in etwa zwischen 1.700 und 1.750 US-Dollar. Hier befinden wir uns gerade, denn wir sehen hier wieder maximaler Widerstand hier zuvor. Ebenfalls hier an dieser Stelle nochmal hier Support gehabt. Dann sehen wir hier nochmal massiven Support zuvor gehabt. Und diese Zone wird ebenfalls sehr, sehr interessant und wichtig. Denn wenn wir uns das Ganze mal anschauen, zuvor wurden wir hier rejected, sind daraufhin dann hier stark nochmal gefallen. Diese Zone könnten wir nochmal nach oben hindurch brechen. Doch wenn wir hier einen Breakout nach oben sehen über diese Zone, dann erwartet uns nochmal der nächste Widerstandsbereich hier in der Region von 1.900 bis 2.000 US-Dollar, wo wir auch zuvor hier rejected worden sind. Wir haben zusätzlich natürlich noch diese abfallende vorherige Support-Linie, die jetzt natürlich zum Widerstand ist. Diese liegt in etwa ebenfalls bei 1.800 US-Dollar. Ethereum momentan weiterhin sehr, sehr stark. Mit dem Hype natürlich des Merges wird nochmal interessant. Es könnte wie gesagt nochmal dazu kommen, am 15. September wird ja der Merge stattfinden, dass es ein Sell-Off-Event wird. Das heißt, alle Leute decken sich jetzt mit Ethereum ab, um natürlich beim Hardfork die Gratis-Token vom Hardfork mitzunehmen. Doch wenn der Hardfork vorbei ist, dann fangen diese Leute in der Regel an, ihre Ethereums wieder zu verkaufen. Deshalb könnten wir jetzt nochmal einen Hype sehen vor Ethereum und gegebenenfalls natürlich, wenn alles gut läuft, immer noch ein Sell-Off-Event sehen bei Ethereum. Und wenn beim Merge etwas schief läuft, dann könnte das Ganze natürlich drastisch für den Kryptomarkt enden. Es bleibt wirklich sehr, sehr interessant, wie es ablaufen wird. Das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert diesen Channel und aktiviert hier die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und bis morgen.